Moin Leute, was geht? Herzlich Willkommen auf meinem Kanal zurück. Heute kein COD-Content, heute Greyzone-Warfare-Content. Und ich wurde bei meinem letzten Vorstellungsvideo darüber angesprochen, oder darauf angesprochen, dass ich in diesem 15-Minuten-Zusammenschnitt tatsächlich irgendwann Greyfair-Warzone gesagt habe. Wenn ihr dieses Wort in der Vorbereitung für so ein Video und die Rohaufnahmen, die ich habe, gehen manchmal eineinhalb Stunden, hunderttausendmal sagt, dann passiert es durchaus, dass ihr einen Fehler macht und das im Schnitt irgendwann auch nicht mehr seht. Es ist natürlich Greyzone-Warfare und es tut mir leid, dass ich es einmal falsch genannt habe bei 100 Mal richtig. Ich werde mich bessern, selbstverständlich. Wir Creator sind ja bei den Jungs von Madfinger Games zu Devlogs und Private Sessions eingeladen und erfahren so ein bisschen vor euch schon die neuesten Infos und haben halt immer dann ein Embargo, was wir mehr oder weniger akzeptieren müssen. Das heißt, wir haben es letzte Woche schon gesehen und heute ab, ich glaube, 19 Uhr war es erlaubt oder 18 Uhr durften wir und dürfen wir es erst präsentieren. Es gibt leider noch kein Datum für den Early Access, aber es gibt eben ein geplantes Datum für uns, dass wir es schon spielen dürfen in der privaten Playstation und das sieht wohl so aus, als wenn das nächsten Monat bereits wäre. Freue ich mich sehr und ich hoffe, dass ich euch von dem Game richtiges Gameplay-Footage zeigen kann. Heute kann ich euch zeigen, wie die Ballistik funktioniert, wie die Entwicklung aktuell aussieht und und und. Anders als bei X-Defined habe ich hier das Gefühl, dass wir wirklich kurz davor stehen, dass ihr die Möglichkeit bekommt, Greyzone einmal anzuspielen. Bei X-Defined, da gibt es nächste Woche ein neues Video von mir. Aktuell, ich sage mal so, sieht nicht gut aus und das hier ist das Zeichen für sieht nicht gut aus und ich glaube bei Taubstummen sogar für Applaus. Also, wartet mal, machen wir so. Big Mac Band in Direkt für zwei Wochen, Digga. In den letzten drei, vier Wochen hat die Frequenz von den YouTube-Videos hier auch tatsächlich nochmal ein bisschen zugenommen und ich habe sehr, 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 sehr viel positives Feedback bekommen, dass viele sagen, sie haben das Gefühl, der ganze Content ist ein bisschen ernsthafter geworden und vor allen Dingen ein bisschen diverser. Also, ich bin immer noch Mann, mein Pronomen ist he, he. Aber wir behandeln ja nicht mehr nur noch COD, sondern eben auch andere Games, Releases, Entwicklungen, die irgendwie in der Gaming-Industrie aktuell so vor sich gehen. Es gibt hier Shorts, wenn ihr euch die angucken wollt, Tarkov-Shorts, COD-Shorts, alles Mögliche. Ich versuche einfach so ein bisschen, mich da weiterzuentwickeln, weg von rein COD zu kommen und es macht mir tatsächlich Spaß. Und bevor wir uns das erste 1.56 Ballistik-Video angucken jetzt, würde ich euch gerne eine Frage stellen. Und zwar habe ich damals vor zwei Jahren eine Serie angefangen, die sehr, sehr gut ankam, wo ich so ein bisschen einfach gezockt habe, währenddessen live sozusagen im Video mit euch darüber gesprochen habe, wie war mein Abitur, wie war meine Schulzeit, wie ging es dann bei der Bundeswehr weiter, was habe ich da erlebt und so. Habt ihr auf so ein Format Lust, dass wir das so ein- oder zweimal die Woche an festen Tagen durchführen? Wenn ja, schreibt die in die Kommentare. Und ansonsten lasst ein Like da und wir gucken uns mal hier den ersten Trailer an, der für euch eventuell ein bisschen darlegt, was Greyzone eigentlich so für eine Idee hat, wie wir es spielen. Das hier ist der Trailer. Ihr könnt Madfinger Games natürlich auch sehr, sehr gerne direkt abonnieren. 1,6 Millionen Abonnenten auf YouTube. Der ist von einer Stunde gedroppt und die gucken wir uns einmal ganz kurz gemeinsam an. Und wenn was Spannendes ist, was ich euch erzählen möchte und was ich jetzt durch den Devlog auch schon vorher gesehen habe, werden wir ganz kurz anhalten. Einmal groß machen, so wie meine Freundin. Was ihr halt seht ist, es ist ähnlich wie ein Tarkov, dass es verschiedene Munitionsarten für die Waffen gibt, was eben einen sehr realistischen Touch gibt. Und diese Munitionsarten haben eben unterschiedliche Penetrationswerte. Das heißt, es kann durchaus sein, dass man mit demselben Kaliber, aber verschiedenen Kugeln besser durch Rüstung, Panzerung, Objekte durchkommt als mit anderen. Genauso gibt es eben eine prozentuale Chance für Ricochet. Und anders als Ricochet in COD funktioniert das hier, dass die Kugel eben abprallt, in eine andere Richtung fliegt. Also ein sehr realistischer Touch, anders als in COD, wo Kugeln halt immer linear fliegen und entweder in etwas reingehen oder einfach ganz normal durchgehen, weil es eben nur Pappe ist und zwar immer auf dieselbe Art und Weise. Hier sieht man den M995. Jeder, der Tarkov spielt, wird sofort sagen, ja, M995 ist NATO-Kaliber, was eine extrem hohe Penetration hat. Was bedeutet, die Kugel geht durch extrem viele Layer von Rüstung, Platten, Hindernissen und das kann man hier anhand dieser Projektilrichtung sehen. Es geht halt wirklich durch alle verschiedenen Layer komplett durch, ohne dass hier irgendwo eine Kugel abprallt. So, und diese Tests, das sind so Ballistik-Tests, die macht man auch im Real Life gerne einmal, beziehungsweise jetzt vielleicht nicht jeder, aber eben bei Waffen- und Munitionstestungen. Und es ist dann eine Gelee-Gel-artige Form, in die man reinschießt, um eben zu sehen, wie weit geht das Projektil, inwieweit verformt es sich eventuell und ähnliches haben sie hier in-game tatsächlich gemacht. Das heißt, sehr, sehr viel Aufwand und es nimmt sehr, sehr viel von diesem Random-Effekt weg, den eben manche, ich sag mal, Algorithmen bei Ballistik in anderen Games haben. Hier sieht man halt den Unterschied dann auch, wenn eben irgendwie dann nur in das Gelee geschossen wird oder wenn ihr bevor die Kugel das Gelee- oder das Gel-artige, wie auch immer man es nennen möchte, trifft, Kugelgeschwindigkeit und Durchdringungskraft verliert durch eben ein Hindernis, Holzwand, Metall oder was auch immer man da nehmen will. Worauf sie eben auch sehr viel Wert legen, was natürlich sehr mit dem realistischen Touch einhergeht, den eben das Game an und für sich dem Spieler wirklich präsentieren möchte, ist die Tatsache, dass verschiedene Faktoren dafür sorgen, dass eben euer Recoil, wie hier zu sehen, den ihr habt, komplett verändert wird, abhängig davon, wie schwer eure Waffe ist, wie schwer euer Charakter ist, ob ihr geduckt seid, ob ihr kniet, ob ihr steht, ob ihr im Laufen auf der Hüste schießen wollt. Es kommt unter anderem darauf an, wie viel Stamina ihr habt, das kennt man auch aus Tarkov, also wie viel Ausdauer haben eure Arme, wie viel Ausdauer hat euer Charakter, seid ihr vielleicht verwundet, werdet ihr währenddessen angeschossen. All diese Dinge spielen damit rein, wie sich der Recoil bei einer Waffe anfühlt, was eben bedeutet, dass es sehr, sehr den realistischen Touch hat, wovor ich allerdings ein bisschen Angst habe, denn ich bin der Meinung, in Games ist es oftmals der Tod von einem Game, wenn zu viel Realismus einkehrt und dafür zu viel Spielspaß, der eben durch nicht realistische Sachen passiert, sozusagen zur Seite geschoben wird. Und hier kann ich mir vorstellen, dass das entweder ein geniales Feature ist, bestes Beispiel, ihr schießt im Vollautomodus eine M4 mit einem 30-Schutzmagazin und einer Kugel im Lauf und der Recoil der Waffe verändert sich mit jeder einzelnen Kugel, die das Magazin verliert, weil die Waffe ja, dadurch, dass ihr schießt, leichter werdet. Mit jedem Schuss wird die Kugel, die Waffe ein bisschen leichter. Das kann ein cooles Feature sein, was das Ganze auch so ein bisschen spannend macht auf Dauer, kann aber auch dafür sorgen, dass es einen zu realistischen Touch bekommt, weshalb man dann eventuell dieses nicht realistische tatsächlich vermisst, weil man eben im Games nicht immer nur 100% Realismus haben muss. Die Jungs von Madfinger Games haben sich ja richtige Veteranen an die Seite genommen, die mit ihnen eben alles Mögliche durchgegangen sind, um dem Game einen wirklich realistischen Touch zu geben. Unter anderem gehört eben dazu, dass es nicht dieses simple, ich habe auf jemanden geschossen wie ein COD, er hat 50 Leben verloren, ich muss nochmal schießen, dass er stirbt, gibt, sondern die Kugeln können in die Frontplatte der Rüstung gehen und ein Ricochet, also in irgendeiner Richtung abgelenkt werden. Sie können komplett durch die Rüstung durchgehen, durch Organen und einzelne Organe beschädigen. Ihr könnt Blutung allein, es können Organe zerfetzt werden, es können durch durchfliegende Kugeln Knochen gebrochen werden. Es gibt unfassbar viele Szenarien, auf die ich sehr gespannt bin, wie die in Game umgesetzt sind, die es eben auch nach einem Gunfight von dem Spieler eben erfordern, dass er die, ich sag mal, richtige Medizin wählt. Nicht einfach F für Heilung, sondern vielleicht E für ein Tourniquet, F für ein CMS, A für ein Survival Kit, B für eine gleiche Blutung stoppen, C für und sonstiges. Ihr versteht, was ich meine mit Sicherheit. All diese Ideen, die die Entwickler hier haben, klingen für mich wie etwas, was als großes Projekt A, entweder komplett erfolgreich sein kann und durch die Decke geht, oder B, an dem Ultra-Realismus, den das Game an und für sich hat, komplett scheitert. Und das beste Beispiel für zu realistisch, was gerade sowas wie Time to Kill angeht, ist zum Beispiel Hell Let Loose. Das Game habe ich gespielt, weil es eben einen realistischen Touch haben sollte, mit dem ich mich sehr gut anfreunden konnte. Und ich musste da feststellen, nach wenigen Spielstunden, dass es so extrem Hardcore basiert ist, dass es mir persönlich leider gar keinen Spaß gemacht hat. Ob die Jungs das hier jetzt von Warfare anders hinkriegen, weiß ich noch nicht. Ich bin aber sehr gespannt, euch in-game das erste richtige Footage demnächst zeigen zu können. Ich hoffe inständig, dass ihr dem Game später eine Chance geben werdet. Wie gesagt, ich werde dafür nicht bezahlt. Ich kriege nichts davon. Ich habe nichts davon, das vorzustellen. Es ist einfach eins dieser Games, wo ich das Gefühl habe, als Creator gerne euch so ein bisschen mitnehmen zu wollen, weil ich durchaus Hoffnung habe, dass es ein Game ist, was bestimmt dem einen oder anderen früher oder später Spaß machen kann. Das Gleiche glaube ich ehrlich gesagt nicht so wirklich bei X-Defined. Ich glaube, dass die Vorstellungen, die viele davon haben, auch wenn es kein SBMM hat, was sehr gut ist, viel zu hoch sind dafür, dass dieses Game seit über einem Jahr verschoben wird. Und wir bis jetzt immer noch nicht wissen, was genau eigentlich die Probleme sind, die super viele Leute auf der Konsole, am PC, am Controller, Maus und Tastatur bisher in dem Game irgendwie festgestellt haben. Ich hoffe, ihr lasst ein Like da, Leute. Ich hoffe, euch hat so ein bisschen der Einblick gefallen. Es ist natürlich sehr, sehr theoretisch aktuell. Und demnächst kommt dann eben das erste Gameplates-Footage. Und mit den 2000 Stunden Tag auf dem Hintergrund und Maus-Tastatur bin ich ehrlich gesagt ziemlich gut vorbereitet, um einer Menge Leuten ins Gesicht zu sitzen. Um einer Menge Leute ins Gesicht... Um einer Menge Leute ins Gesicht... Ich hoffe.